Ich freue mich auf Fritz Schadeck von Fritzmeier-Kabinen. Herr Schadeck, eine Frage, eine Kabine. Wie bekommt man die digital? In der Kabine laufen alle Informationen der Maschine zusammen. Man sagt ja, das Herz der Maschine schlägt in der Kabine und dort ist sicherlich der größte Digitalisierungsbedarf, weil von dort aus alles gesteuert wird. Wir haben gute Erfahrungen mit der Einbindung von Clustern, von Schwarmintelligenz, von Elektronikkomponenten und wir sind der Systemintegrator und es ist unsere Aufgabe, das System darzustellen. Wir wollen zukünftig diese Systemintegration und den Software-Service in unserer Angebotspalette aufnehmen. Mich würde interessieren, wie kommen Sie aus dem Dschungel der vielen Angebote von digitalen Produkten, Software, wie kommen Sie da zurecht? Wie finden Sie die richtigen Partner? Es ist tatsächlich ein Dschungel. Was wir machen, ist, wir schauen den Kunden über die Schulter, sind ein, zwei, drei Tage bei ihm und bauen dann aus einem analogen Problem eine digitale Lösung. Also herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Vorgehen. Ich finde es super spannend, wie man eine Kabine intelligent, digital und smart machen kann. Ich finde, dass die Fritzbayer geben wir hier ein ganz tolles Beispiel. Vielen Dank für's Zuschauen.